meine erfahrungen zum medbit 9010 ich habe das medbit 9010 nachts genutzt ich habe mich abends hingelegt und auch acht stunden am stück genutzt habe medbit 9010 aktivieren gesagt habe dann gleich einen scan durchgeführt wollte dann aber hauptsächlich eine rückenbehandlung haben und wirbelsäulenbehandlung sowie schocks und traumata lösen habe dann in dieser nacht sehr gut geschlafen obwohl ich wahnsinnig schwierigkeiten beim schlafen habe also ich wache sehr häufig auf schlaf sehr unruhig bin nachts häufiger wach in dieser nacht habe ich allerdings durch geschlafen was ich gespürt bevor ich eingeschlafen bin dass ich sofort in meinem in meinem kopf ein gefühl wie in watte gepackt war das wie das wie wenn das gehirn in watte gepackt war dachte ich mir okay das sie war erstaunt es war wirklich schlagartig mit aktivieren des bettes dann war ich auch ziemlich schnell sehr müde habe mich hingelegt wie gesagt traumhaft geschlafen habe wild geträumt was ich normalerweise überhaupt nicht mehr mache bin dann in der früh aufgewacht war sehr erfrischt und energiegeladen und auch die rückenschmerzen waren tatsächlich weniger noch nicht ganz weg jetzt eine woche später kann ich sagen dass die rückenschmerzen also wirklich zu 98 prozent weg sind immer wieder flackert noch etwas auf die energie hat wieder nachgelassen die war danach sehr hoch im moment könnte ich sie wieder gebrauchen mit schocks und traumata denke ich würde es eine zeit brauchen das heißt ja auch bis zu vier wochen ich bin gespannt dass ich würde es mit 90 10 gerne weiter nutzen weil ich absolut überzeugt bin dass dass das auch die zukunft sein wird vielen dank